In den Tagen nach der letzten Synodalversammlung des Synodalen Weges werde ich immer wieder gefragt, wie sieht nun das Kirchenleben in Deutschland aus, insbesondere Freunde und Bekannte im Ausland. Ich frage mich, ja, was würde jetzt passieren mit diesen fürchterlichen Segensfeiern? Können die normalen Katholiken noch überhaupt in die Kirche gehen? Werden Priester, die dagegen sind, jetzt gemobbt? Werden dazu gezwungen, solche Segensfeiern durchzuführen? Und so weiter und so fort. Es ist gar nicht so einfach, auf diese Frage zu antworten. Es gibt natürlich Gründe, warum es wirklich sehr schlimm sein könnte und wirklich die ganze Atmosphäre in den Kirchen fürchterlich wird. Aber es gibt auch Gegenargumente. Ich fange an mit den schlechtesten Hypothesen an. Und zwar, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bischöfen, die so durchideologisiert sind mit der Ideologie des Synodalen Weges. Die werden wahrscheinlich ohne Rücksicht auch Verluste versuchen, möglichst flächendeckend diese Segensfeiern durchzuführen. Dann sind sie natürlich definitiv eine schismatische, unheretische Kirche. Ja, das ist natürlich völlig klar. Und es ist tatsächlich so, dass der Handlungstext des Synodalen Weges bezüglich diesen Segensfeiern vorsieht, dass niemand gezwungen werden darf, Segensfeiern durchzusetzen. Aber natürlich vor Ort wird man möglicherweise schon versuchen, Druck auszuüben. Insbesondere, wenn es entsprechende Gruppen gibt, die gehen dann zum Pfarrer oder zum Priester und sagen, ich will, dass du das machst, ansonsten werde ich dich anschwärzen beim Bischof und so weiter. Das kennt man ja und ich habe auch schon einige Kommentare. Da weiß ich, es ist der Pfarrer, das ist ein Deutscher, der ist total liberal und findet sowas ganz toll. Und die Anpriester, die da sind, die sind Ausländer, die denken nicht dran. Aber sie haben ja keine, sie haben ja nicht die Macht dort, nicht die Autorität, denn die liegt eben beim liberalen Pfarrer. Was wird dann passieren? Es ist jedenfalls so, dass es natürlich sehr spannungsreich wird. Und die ganze Atmosphäre in diesem Verein ist natürlich völlig kaputt. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich das, was passieren könnte. Ja, zunächst mal muss man rein theoretisch abwarten, dass dieser komische Ausschuss zwischen Bischofskonferenz und Zentralkomite der Deutschen Katholiken diese Handreichung überhaupt entwirft. Anscheinend ist es so, dass einige Bischöfe sofort loslegen werden, insbesondere Leute wie zum Beispiel Bischof Bode. Ja, also die werden gar nicht auf so eine Handreichung warten. Die werden sofort das Ganze zulassen und werden das laufen lassen. Und die wollen einfach, dass diese Segensverein durchgesetzt werden. Ja oder ja. Das ist das eine. Aber es gibt manches, was dagegen spricht, dass man eben diese Angelegenheit mit so einer großen Wucht durchsetzt. Denn, wie gesagt, was ich schon angesprochen habe, es gibt ja, Deutschland hat ja ein unglaubliches Defizit an Berufungen. Das heißt, Deutschland kann ohne Priester aus Polen, Kroatien, Afrika, Indien etc. gar nicht mehr auskommen. Und diese Priester, wenn sie dazu gezwungen werden, die werden alle abhauen. Ja, und nicht nur das. Welcher polnische Bischof wird eigene Priester schicken in Bistümern, die solche Segensverein überhaupt einführen? Ja, das heißt, sie sehen, allein die bloße Existenz, die bloße Möglichkeit von Segensverein wird dazu führen, dass diese Synodalbistümer, die werden im Grunde genommen untergehen, weil sie schlicht und ergreifend keine Priester mehr haben werden. Welcher Seminarist wird eigentlich in einem Bistum Seminarist werden wollen, der solche Segensverein vorsieht? Die werden natürlich alle zu Bistümern gehen, wo der Bischof diese Segensverein nicht offiziell eingeführt hat. Vielleicht duldet er sie, weil er nicht durchgreifen kann und diese Segensverein verbieten kann. Aber jedenfalls sind sie zumindest nicht offiziell. Ein Seminarist, jemand, der eine Berufung zum Priestertum geht, fühlt, wird natürlich zu solchen Bistümern gehen, wenn nicht gar ins Ausland direkt. Das heißt, diese ganzen Synodalbistümer, die werden unglaubliche Probleme haben mit Berufungen. Sie werden keine deutschen Berufungen haben, sie werden keine Berufungen aus Deutschland haben und sie werden natürlich kaum Bischöfe finden in der Welt, die sagen, okay, ich schicke dir eigentlich Priester hin. Es wird kaum Bischöfe geben in der Welt, die bereit sein werden, solche Segensverein zu unterstützen. Und diejenigen, die das tun, die haben ja selber keine Berufungen, denn überall auf der Welt, und das ist das große Problem, was diese Leute der Synodalkirche nicht sehen wollen, überall, wo man solche liberalen Maßnahmen durchführt, geht die Kirche kaputt. Und, ja, also die ganzen Statistiken sind ja völlig eindeutig, ja, dort, wo man einen ernsthaften Glauben erlebt, ja, wo man das Lehramt achtet, ja, wo man das Lehramt liebt, wo man den katholischen Glauben achtet, dort blüht die Kirche, dort gibt es Berufungen, dort gehen die Menschen in die Kirchen und so weiter und so fort. Und dort, wo man im Grunde genommen nur noch Tricks sucht, um eigentlich das Lehramt und den Glauben zu umgehen und im Grunde genommen so eine Art Fake-Kirche aufbaut, eine schismatische und heretische Kirche ist das de facto, ja, dort geht alles zugrunde. Das ist eigentlich die tatsächliche Realität in der Kirche weltweit, ja, und diese Segensfeiern, die werden natürlich diesen Prozess noch viel verstärken, ja, das heißt, die richtigen, also die knallharten Synodalkirchen, Synodalbistümer meine ich in Deutschland, die werden wahrscheinlich bald überhaupt keine Priester mehr haben, ja, also wer wird da schon hingehen? Die Leute, die mir wirklich unglaublich leid tun, sind diejenigen, die kaum Alternativen haben für Pfarreien. Das heißt, wenn die dann irgendwie eine Pfarrei haben mit so einem ultralinken Pfarrer, ja, und dann der ganze Pfarrgemeinderat ist so kritikt, so wie Maria 2.0, also die sind natürlich wirklich, ja, zu bemitleiden. In großen Städten, ja, also damit meine ich Städte wie, ja, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München etc., der Anteil von Katholiken dort aus, die sogenannten Muttersprachler, Polen, Kroaten, Afrikaner etc., ist so groß, dass auch die Gemeinden, die werden dafür sorgen, ja, dass es nicht, ja, dass diese Segensfeiern sich gar nicht so weit ausbreiten können, es sei es, die machen das wirklich mit Kraft, ja, die sagen, okay, wir wollen das und wir werden das jetzt durchsetzen, gegen den Willen von den ganz normalen Gläubigen. Das kann natürlich passieren, aber dann kommt es wirklich zum Krach, ja. Die Frage ist, während Bischof Betzing und seine ganzen Freunde des Synodalen Weges tatsächlich so eine Vorgehensweise wollen, ich würde mich nicht wundern, dass sie es zumindest versuchen, weil, wie gesagt, die sind so durchideologisiert mit den ganzen Papieren des Synodalen Weges, dass sie tatsächlich versuchen, jetzt richtig, okay, jetzt werden wir diese Geschichte durchsetzen, wir haben diese Papiere des Synodalen Weges und die wollen wir jetzt richtig in der Praxis implementieren. Das könnte natürlich passieren, aber ich kann das nicht richtig einschätzen, das ist auch relativ schwer, ja, weil natürlich in diesen ganzen Ordenariaten gibt es natürlich Leute, die durchaus gegen diese Maßnahmen sind, das weiß ich aus verschiedenen Orten, ich weiß nicht, ob in jedem Bistum, aber in einer ganzen Reihe von Bistum, die ich kenne, weiß ich, es gibt viele Leute, die wirklich sagen, also was ihr da macht, ist schlicht und ergreifend verrückt, ihr macht die ganze Kirche kaputt, Deutschland macht sich zum Gespött der ganzen Weltkirche und wir werden ständig Probleme mit dem Vatikan haben, was habt ihr da eigentlich euch ausgedacht mit diesen absurden Entschlüssen, Beschlüssen des Synodalen Weges. Also, wie gesagt, es kann sein, dass es da kommt, aber ich möchte nochmal auf Kardinal Kasper zurückkommen, ja, weil ich finde, dass er das wirklich sehr gut ausgedrückt, er sagte, tatsächlich ist es keiner von diesen ganzen Synodalen Bischöfen und Synodalen Katholiken da, die diesen Synodalen Weg total toll finden, keiner will jetzt formal ein Schisma haben, ja, das glaube ich, die wollen ja immer noch, die wollen ja diesen Label, diese Marke katholisch behalten, schon allein eigentlich wegen dem ganzen Vermögenswert und wegen des Geldes, ja. Aber, das ist, was Kardinal Kasper gesagt hat, man stolpert sehr schnell in einen Schisma hinein, das ist das Problem. Und man muss sich ja nur die deutsche Geschichte, man muss sich nur die katholische, die deutsche Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts anschauen, das ist genau das, was passiert. Die meisten wollten damals auch keine Glaubensspaltung, aber sie ist dann unwahrscheinlich tatsächlich gekommen, weil es gibt einfach gewisse Dynamiken, ja, die einfach dazu, dahin drängen, falls man sie nicht stoppt. Das heißt, wenn Bischof Betzing jetzt tatsächlich nicht in der Lage ist, seinen ganz linken Rand zu stoppen, dann wird sich das natürlich immer verstärken und verstärken, weil sie erheben ja jetzt schon Forderungen, die viel weiter gehen als das, was sie jetzt gerade bei der Synodalversammlung erreicht haben. Das heißt, was Bischof Betzing, ja, nehmen wir an, er hat einen guten Willen, nehmen wir an, ja, also jetzt, also das, das ist rein hypothetisch. Aber was ich glaube, er völlig unterschätzt, ist, welche Dynamik er jetzt in Bewegung gesetzt hat in seiner eigenen Kirchenrevolution. Ich glaube, er ist so berauscht mit der Idee, ich habe jetzt eine Synodalkirche erfunden, ja, ich glaube, er sieht, ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, dass er diese Dinge gar nicht mehr richtig einschätzt, ja, und deshalb kann es tatsächlich sein, dass ihm die Sachen irgendwann mal völlig aus dem Ruder gehen und sich dann das Ganze wirklich so radikalisiert und dann kommt es tatsächlich zum Schisma. Ich glaube, das haben diese ganzen Bischöfe noch gar nicht richtig erkannt. Ich meine ja damit die ganz linken Bischöfe, ja, die diese ganzen Segensfeiern fantastisch finden und so weiter. Also das Ganze kann, es kann noch wirklich sehr viel passieren. Wie schnell das passieren wird, das weiß ich nicht, weil die Kirche ist eine sehr große Institution, wo die Dinge normalerweise sehr langsam vorangehen. Aber, und da muss man auch bloß in die Geschichtsbücher schauen, möglicherweise kann das auch wirklich sehr schnell gehen. Überlegen Sie bloß, die ganzen polnischen Bischöfe ziehen alle Priester ab. Also das geht nicht, wenn diese Segensfeiern eingeführt werden, zack, ihr kommt alle wieder zurück. Also dann geht es ein Rieseneklar. Und das machen auch eine ganze Reihe von anderen Bistümern, die Kroaten und so, die sagen, also so geht das überhaupt nicht. Und dann gibt es ganze Landschaften, die sind dann völlig verwaist, da gibt es überhaupt keine Priester mehr. Also das Ganze kann wirklich auch sehr schnell vorangehen. Abgesehen davon, da gibt es ja auch die Radikalinskis in diesem Sinne und Anweg, die die Ganze schon gesagt haben, wir sollen auch einen Bruch mit Rom wagen. Wie werden die sich verhalten? Werden die jetzt nicht versuchen, Fakten zu schaffen? Die werden einfach in die Kirchen gehen und selber Segensfeiern machen. Denn die Segensfeiern müssen, dafür braucht man nicht unbedingt einen Priester, das können auch Laien machen. Die sagen, okay, wir gehen da rein, wir werden alles mit Regenbogenfang dekorieren. Und dann machen die das selber. Und der Pfarrer, selbst wenn er dagegen ist, der kann entweder Däumchen drehen und zuschauen oder abhauen. Also was diese Leute sich da geleistet haben, ist eine unglaubliche Katastrophe. Ich glaube, die sind es nicht, also Betsy und so weiter, die sind sich noch gar nicht im Klaren, welchen Schaden sie der Kirche zugefügt haben. Vielen Dank.